Alman Arabica Vollendet veredelter Hörgenuss Auch nun So wie immer eigentlich Wie immer, es ist nichts Neues Ja, ist was Neues, Karl? Gerade heute gibt es sehr viel Neues Und zwar hat Isa ein neues Handy Dazu muss ich sagen, dass Isa seit Anbeginn der Zeit Ein Nicht nur altes, sondern ich würde fast sagen Ein historisches, steht ja quasi Schon unter Denkmalschutz Die hat so ein Samsung Die erste A-Version, die es gibt Du musst dir vorstellen, wenn du damit ein Bild gemacht hast Sah das aus, als ob du das mit einem Nokia 3330 gezeichnet hast So auf 24x24 Pixel Ebene Und jetzt Und dann hat sie immer gesagt Ja, aber dann können wir auch deins nehmen Zum Handys machen Zum Fotos machen Und, und, und Und jetzt habe ich dann heute gesagt So, ich habe Schnauze voll Weil ich mein Handy gar nicht mehr am Mann hatte Ich habe gar nichts mehr mitgekriegt Die ist die ganze Zeit nur mit meinem Handy rumgelaufen Hat Bilder gemacht Von diesem kleinen Pisser Und dann habe ich dir jetzt Neues gekauft Und ja, das ist, das gibt's Neues Neues Handy und neuer Hund Richtig Das ist die erste Folge, nachdem du erneut Hundefater geworden bist Und ich kann dir sagen Ich, es weihnachtet sehr, ich schlafe sehr wenig Der Kleine ist halt echt, der ist acht Wochen alt Also der ist acht Wochen, ist jetzt dreieinhalb Tage hier Oder vier Ich weiß, ich habe Zeit, ich habe Raum und Zeit verloren Und ich, und ich, und ich habe keine PC-Zeit mehr Ich habe keine Papa-Zeit mehr Masturbieren ist schwer Ähm, alles, alles ist, alles ist kompliziert Weil, weil du quasi nur noch zum Arbeiten In den, in den, äh, ins Büro gehen kannst Und ansonsten, äh, jede Sekunde nutzt, um zu schlafen Die der, die der kleine Pisser schläft Ja, ja, ja Das, äh, das kenne ich noch sehr gut, das Gefühl Und das möchte ich auch nicht nochmal haben Ich würde sagen, wir haben ja, wir haben ja Lea haben wir mit, mit elf, fast zwölf Wochen erst geholt Ähm, und deswegen, deswegen haben wir so diese ersten vier Wochen Ähm, gar nicht mitbekommen Die wir jetzt natürlich super intensiv erleben Und das ist halt super nervig Also das ist, also ich kann das Ich kann, also ich, also nee Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend Ein Glück ist die Natur so schlau und lässt sie so niedlich aussehen Ansonsten Ansonsten verlierst du die Fassung Verlierst du die Kontrolle über dich Hätte ich nochmal hier nachgefragt, äh, bei der einen da Ob ich mir das Halsband ausleihen kann Oh Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Ja, äh, also das ist, oh Gott Schläft er die Nacht durch? Nein, 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 also der ist so Der hat so eine Schlafspanne von zwei Stunden Und nach zwei Stunden ist der, ist der ab Aber das geht, das geht vorbei Ein, zwei Wochen ist das rum, weißt du Äh, aber es trotzdem ist natürlich jetzt erstmal Kräfte zehrend Wobei ich sagen muss, dass er jetzt schon Äh, ich würde mal den Stubenreinheits Den Stubenreinheits, äh, Faktor Würde ich so auf 40% Oh, das ist ja okay Das ist super okay Du musst ja, also 40, warum 40% Ich will das mir kurz erklären 40% deshalb, weil er fiepst Er geht, er springt runter Er fiepst und dann hast du ein Zeitfenster Von drei Sekunden circa Und wenn du innerhalb dieser drei Sekunden Zur Stelle bist, ihm auf dem Arm hast Und ihm sagst, wir gehen jetzt runter Mit einem Leckerli in der Hand Dann ist cool, ansonsten feuerfrei Ja, 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 das kenn ich auch Aber gefiepst hat damals bei mir keiner Das war immer so Immer so ein Fühlen, das war eher so ein Wie ist die, ist, also für mich war das Hat sich das immer angefühlt, als wäre ich so ein Meteorologe So, ich, ich bin so, okay Wie ist die Luftfeuchtigkeit, ähm Ist es, wie ist, wie ist die Temperatur Im Raum, hat sich das verändert Gibt es irgendwelche Schwankungen Äh, hat der Sind die, haben die Pupillen Sich um Millimeter erweitert So, so war es nach dem Motto Und nach dem, nach dem Ermessen Musstest du dann entscheiden Okay, wir gehen lieber runter Weil Safety first Und wenn du es geschafft hast Ist es so, ja Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen Vor allem sind diese ganzen Ich muss, ich muss, glaube ich Die ganze Fachliteratur, die ich hier habe Muss ich alle korrigieren Weil da ist über, über die Über die Stubenreinheitsfaktoren Das kannst du alles in die Tonne werfen, Alter Da steht so, da steht so Ja, ist ja normal Ist ja auch richtig eigentlich Ne, so nach dem, nach dem Spielen Nach dem Fressen Nach dem Schlafen Nach dem Trinken Quasi alles, was der macht Danach muss der pissen Äh, aber, aber was da nicht drin steht Ist, und plus Also manchmal pisst der einfach so Der ist so, das, das ist so Der ist, der war gerade unten Geht hoch Guckt dich an Fängt an zu pissen Warum, du warst eben gerade pissen Was ist, was ist, was ist, was ist Was ist kaputt mit dir Naja, und dann guckt er halt Guckt er halt süß Und dann ist alles wieder in Ordnung Ich habe, ich hatte das damals Immer, wenn er sich gefreut hat Also, ich hatte das bei meinem ganz Ne, wirklich Der hatte dann einfach keine Kontrolle Über seine Blase Mein Tierarzt meinte auch Ey, das ist ganz normal Ähm, dass Wenn die sich so sehr freuen Vergessen die, dass die ein Ein Lebewesen sind Das pinkeln kann Und dann sprüht das einfach Durch die Gegend Ähm, wenn jemand vorbeikam Und gesagt hat Hier, hallo Oh, ist das ein süßer Hund Und der hat sich so gefreut Erstmal eine Lache da gewesen Und dann denkst du Alles klar Aber er hat keinen Durchfall Das ist, das ist so Das ist für mich Ich habe die Ich habe die Nahrungsmittelumstellung Habe ich perfekt Also ich bin halber Ernährungswissenschaftler Das ist Das ist ausgearbeitet Abgewogen Gemischt Selber gemischt Alles fertig Und ich denke mir so Das frisst du jetzt Und dann hast du Hast du richtig schöne Haufen Und es funktioniert Und das ist sehr, sehr befriedigend Weil wenn Also ich den ganzen Durchfall Aus dem Flur wischen müsste Dann würde ich Oh Gott Ja Oh Gott Ja, schön Das ist Das ist bei dir neu Wie laufen die Streams Sind die da irgendwie anders gewesen Also laufen die Streams jetzt schlechter Besser Kürzer Länger Also noch kürzer geht ja quasi nicht Ich habe ja so ein striktes Programm Von vier Stunden Jeden Tag Und da auch Da auch wenig Spielraum Zwecks Family vorher schon Und das ändert sich nicht Also ich bin Ich bin Ich bin deutlich müder Aber das ist glaube ich auch normal Wenn du halt nicht schläfst Geht vorbei Umzug ist halt jetzt Also das mit Das ist halt Das ist ja Super Gau Ich weiß nicht welcher Volli Du hat sich das halt einfallen lassen Sich so einen acht Wochen alten Wichser zu holen Wenn in der Zeit Wo du eigentlich Umzugskartons packen solltest Aber Glück im Unglück Tatsächlich ist eine Ist eine Schwester von einem guten Freund von uns Muss hier bei uns in die Gegend Das heißt Dein neuer Nachbar wird eine Bekannte werden Oh Gott Fast Nachbar Wird bekannt werden Die Die will hier hin Und dann müssen wir natürlich keinen Nachmieter suchen Was Vorteile hat Kann die das dann direkt übernehmen Ja okay Okay Ne das ist okay Ist ja auch besser wenn man dann Ist die okay Also ist die Ja die ist Mitte 20 Die ist Schmeckt Ich weiß nicht was du mir jetzt hier gerade Ich weiß jetzt Ich weiß jetzt nicht ob du mir jetzt sagen wolltest Wie der Nachbar ist Oder ob du hier eine Verkupplung machen wolltest Man weiß ja nicht Ist ja nur Wenn du da mal rüber gehst Und mal klingelst Und sagst so Na hast du auch ein bisschen Zucker Da halt noch vielleicht mal Dann wärst du halt abschreckend Wenn du dann Wenn da der halber Grinch steht Weißt du Ja verstehe Ich hab noch was Neues Ich hab zwei Eier Und du hast den Zucker Kannst du Einfach Porno Einfach Porno In Corona Zeit So mit Mundschutz Ich hab Ich hab noch was Neues Und zwar Attila Hildmanns Energiegetränke Hab ich jetzt Aus zwei Allnatura Biomärkten Leer gekauft Ich hab die aus dem Sortiment genommen Und ich habe jetzt hier Ich hab die Story gesehen Du Idiot Ich hab jetzt hier drei Paletten Drei Paletten Drei Schokoffeingetränke Rumstehen Grüß dich Ich hab mit den raus Ich hab das Ich hab das gesehen Und dachte mir so Oh nee Mach's doch nicht Es wäre Es wäre der Supergirl Wenn er sowas retweeten würde Hat der Pass auf Nein Doch Hat er Pass auf Nein Ich hab mir den Ostakzent aufgelegt Und hab Mundschutz getragen Das heißt man hat mich quasi nicht erkannt Das war so inkognito Dann hab ich gesagt Attila ich hab alles leer gekauft Wir stehen hinter dir Und der hat das Der hat das in seiner Story geteilt Aber 10 Minuten später Aber 10 Minuten später ist sein Instagram Account gelöscht geworden Von Facebook Oh nein Ja Ich hatte aber ungefähr 10-15 Minuten Also anhand der Nachrichtenanfragen Die ich bekommen habe War die so 10-15 Minuten lang live Ja Oh nein War super Ich fand es sehr sehr lustig Auch die Nachrichtenanfragen waren sehr supportive Also deutlich mehr Support als ich sonst von meiner Community kriege Ich überlege Bleib stark Bruder Du lachst aber es ist halt wirklich so So bleib stark Bleib stark Lass dir nichts gefallen Zwei Leute haben geschrieben Warum ich Mundschutz trage Zwei Leuten ist das aufgefallen Dass ich ja Dass ich ja als Freiheitskämpfer Trotzdem Mundschutz trage Das war den Das waren zwei Leuten sehr ungeheuer Aber der Rest war War full force Full force support Richtig nice So das ist bei mir Das ist jetzt haben wir Das ist quasi meine Zusammenfassung Der Das Der Neuigkeiten Was gibt es bei dir Neues? Ich hab gesehen Ich hab gesehen dass deine Karriere beendet wird Also so wurde es zumindest So wurde es mir zumindest zugetragen Ich krieg ja nichts mehr mit Oh Gott sei Dank kriegst du nichts mehr mit Du hättest dich nur unnötig aufgeregt Du hast mir Also du hast mir ja geschrieben Weil dir Leute geschrieben haben Und gesagt haben Alter was geht denn da ab Und du so Ach du scheiße What the fuck Es ist Ach Gott Alter Also wenn du Ich manchmal glaube ich Ich hab Jedes Mal wenn ich glaube ich hab alles gesehen Was so an Diffamierungskampagnen Gegen einen gestartet wird Wirst du halt immer wieder eines besseren belehrt Also ich habe schon Den krebskranken Kinder Tötenden Influencer gemacht Ich habe Was ich alles schon gehört hab Also wirklich Es ist so Ich kann es gar nicht Ich kann das gar nicht Alles Weiß ich nicht Mich hat man schon alles genannt Und jetzt Ist dem Ganzen Einfach nochmal Eine neue Eine neue Diffamierung hinzugekommen Einfach weil man Bock hatte anscheinend Darauf Oder weil man gedacht hat Das ist eine clevere Idee Nach der Männerwelten Sache Die ja Übel Also hast du das wahrgenommen Wie fucking Mega Verteilt das wurde So Ist halt Ist halt durch die Ist durch alle Decken Und deren Decken durchgegangen Ja Also es ist das viralste Also eins der viralsten Videos Die sich mit den Mit den Problemen Die Frauen Im Alltag Im Umgang mit Sexueller Belästigung Haben können Die ich mir vorstellen kann Also noch nie gab es ein Video Was in dem deutschen Markt So krass war Glaube ich Ich glaube auch Von der Also normal Es kommt immer mal wieder Sowas Sowas auf Wo die Leute sich Über ein bestimmtes Thema Echauffieren Aber das war Was das angeht Das ist wirklich Durch die Decke gekommen Crazy Absolut crazy Und im Zuge dieser Im Zuge dieser Sache Ähm Wurde ich Ähm Wurde ich Beschuldigt Ähm Pornografisches Material Von Von einer Frau Zu verteilen Gegen ihren Willen Ähm Und das ist eine Und das wurde einfach gesagt Und dazu wurde aber auch gesagt Dass diese Frau minderjährig wäre Das heißt es hat sofort diesen Ähm Es hat sofort diesen Kinderpornografischen Kram Äh gegeben Das heißt Ähm Nicht nur dass gesagt wurde Dass ich das Äh Dass ich das verteile Also Dass ich diese Dass ich das Ähm Oder dass ich das toleriere Und verteile Über mein Discord Sondern dass ich das Ähm Auch noch Dass das auch noch Diese Tragweite hat Und das ist Ist aber nicht Ist aber glaube ich Nie bei dir Auf dem Discord geteilt worden Oder Natürlich Ist es nicht Äh Gibt es auch Keine Belege Die das irgendwie Unterstützen würden Es ist ja alles Zu ersehen Das Problem ist nur Dass den Leuten das egal ist Ähm Wir Also es ist unglaublich Dass das Groß Also dass dieses Fucking virale Video Ja Was wirklich Leute bewegt Aus allen Bereichen Ähm Das erste was passiert ist Dass das missbraucht wird Also das erste Dass das Was passiert ist Ist dass dieses Thema Für eine persönliche Ähm Für so eine persönliche Antipathie Kampagne Mal missbraucht wird Und Ich bin ein bisschen Also ich bin nicht über Ich bin nicht überrascht Aber ich bin doch überrascht Weil ich Ich dachte nicht Dass man Dass man sich so sehr In seiner Opferrolle Äh Vergräbt Um Um dann sowas einfach Nochmal mit Hinterherzuschieben Und Man Ich möchte dazu sagen Das liegt aktuell bei meinem Anwalt Also ich kann nicht so viel Ich Ich gebe nur wieder Was passiert ist Und gebe auch keine aktuellen Informationen Was jetzt genau Los ist Weil das soll ich nicht Ich Sage aber Dass diese Informat Diese Tweets Diese Beschuldigung Einfach nicht gelöscht werden Also das ist Klar widerlegt Offen Klar widerlegt Und es wird nicht entfernt Aufgrund der Tatsache Dass da halt nur Maximaler Schaden Angerichtet werden soll Das hat nichts Mit Recht Und Unrecht Zu tun Sondern das hat nur was Mit Mit Schaden Und wie viel kann man Davon anrichten Zu tun Ähm Es gibt Also ich Ich werde das hier Jetzt auch nochmal sagen Es gibt dazu Es gibt dazu Auf meinem Auf meinem Twitter Vor Wann war das Am 15 Ich glaube am 15 Oder am 16 Gibt es dazu Tweets Die das alles ganz klar belegen Die das aufschlüsseln Und so weiter und so fort Ja die habe ich auch gelesen Und die Diese Diese Person Ist Ähm Hat sich in einer Hat sich mit einer Weiß ich nicht Mit einer Gruppe von 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 anderen Personen Zusammengesetzt Die halt Alle ein Problem Mit mir haben Also das Ding ist Ich merke Ich weiß das ja Ich bin ja nicht jemand Der nicht anneckt Ja oder der Niemanden jemals Gesagt hat Dass er ihn scheiße Findet Sondern ich habe das Schon Leuten Geradeaus gesagt Und ich habe auch Mein Ich würde auch sagen Ich habe auch Mein edgy Humor Und mach mal so Mach mal so ein Tweet Wo ich sage Ja lol Guck mal hier Und so Das ist ja in den In den Jahren Auf Twitter Das kennst du Das machst du auch Das weiß ich nicht Das ist ja Fast normal Ich würde das in meinem Zusammenhang fast normal nennen Und Das wird mal weniger Mal wird es mehr Mal ist es grenzwertig Mal nicht Was auch immer Aber es wurde halt Komplett alles Zusammengetragen Was man aus diesem Kontext Der bestehen würde Herausreißen kann Um mir einen reinzuwirken Also richtig einen reinzuwirken Ich versuche das mal aus meiner Sicht Weil ich bin ja sowas wie Ich bin ja jetzt quasi wirklich Ein Fan Weil ich kriege nicht alles mit Ich habe keine Zeit Mich da irgendwie intensiv Mit zu beschäftigen Und ich habe wirklich nur So die Basics Die man oberflächlich mitbekommt Und das was ich gelesen habe Ist folgendes Der Vorwurf steht im Raum Und zwar Und der wird massiv geteilt Dass auf dem Discord Von dir Nachweislich Kinderpornografie Geteilt worden ist Das ist das Das ist so Grob zusammengefasst Das was vorgeworfen wird Und dann Und das ist harter Tobak Also jetzt Du solltest dazu Überhaupt nichts sagen Weil wie gesagt Das ist halt Kann auch juristisch Relevant sein Aber das ist so der Vorwurf Der im Raum steht Und da Und da differenziert man nicht Da fragt man nicht nach Alter Als Als unabhängiger Zuschauer Der das hört Sondern das hört man einfach So wie es geschrieben wird Kinderpornografie Geteilt Punkt Und Dann habe ich die Stellungnahme Von dir gelesen Und habe auch die ganzen Screenshots dazu Durchgelesen Weil da ja auch viele Freunde Von uns dabei sind Und ich dachte mir so Also Das maximalste Was man da vorwerfen kann Ist Dass da auf einem Auf einem Öffentlichen Oder auf einem Freizugänglichen Discord-Server Witze Witze über Eine Person Gemacht worden sind Aber auch keine Grenzüberschreitenden Witze Und auch keine Witze zu der Sache Selbst Das ist das Was ich als 32-jähriger Mann Da mitnehmen kann Weißt du Das heißt also Das wurde Und danach war das auch wieder Ich habe es mir angeguckt Weil ich gedacht habe Okay Kontext matters Weißt du Das ist immer so das Wichtigste Wenn der Kontext muss Der Kontext ist entscheidend Und Und da war das so Dass das Thema Noch nicht mal eigenständig Ähm Ähm Also homogen Entstanden ist Das war nicht so Als ob das auf diesem Discord Gesprächsthema wurde Und dann eben Lange darüber Gesprochen worden ist Sondern Da ist eine Da ist ein Eine Eine Person Auf den Discord Draufgekommen Die das Thema Angesprochen hat Die das Thema Gesteuert hat Die da Vorwürfe Von sich Gegeben hat Und danach War das Thema Wieder vorbei Also das war Wirklich Eine Zeitspanne Von Maximal Von Maximal 30 45 Minuten Wo das Thema war Aber das War halt noch Nicht mal Thema Kinderpornografie War da nie Thema Weißt du Und Dann war es Aber wieder Gut Und deswegen Fand ich Das Im Großen und Ganzen Komplett Das ist Komplett Rahmensprengend Und Hochgekocht Und Traurig Was aus So einem Was Menschen aus So einem Video machen Weil Unterm Strich Ist es Ja Wirklich Eine Sehr Sehr Ernst Zunehmendes Thema Und Eine Sehr Wie soll Ich Sagen Ein Gesellschaftliches Problem Das Nicht Oft Thema Wird Weißt du Das ist Nicht Omnipräsent Und Es wurde Versucht Omnipräsent Zu Machen Und Das war Eine Sehr Sinnvolle Nutzung Dieser 15 Minuten Und Alles Was Leute Daraus Machen Wollen Ist Wer Bist Eigentlich Du Dass Du Das Video Teilst So Guck Erstmal Guck Erstmal Wer Du Überhaupt Bist Habe ich Zwei Nachrichten So Gekriegt Weil Ich Öfter Mal Fotze Sage Dass Dir Automatisch Sexismus Vorgeworfen Wird Also Mir Wurde Sexismus Vorgeworfen Weil Ich Den Begriff Fotze Benutze Wenn Ich Heiko Schrang Betitel Weißt Das ist ein emotionales Thema Ich kann verstehen Dass es ein bisschen Hochkocht Und gerade Wenn du Opfer Von solchen Nachrichten Warst Oder bist Dann Ist das auch Ein super emotionales Thema Und das kann ich Voll nachvollziehen Aber wie wäre es Wenn wir uns Einfach Gemeinschaftlich Darauf konzentrieren Dieses Thema Ins Gespräch Zu bringen Und Nicht Alles Hochkochen Weil Für mich Herrscht Da Ein Extremer Unterschied Ob Ich Ob Ich Ne Neofaschisten Eine Forze Nenne Oder Ob Ich Frauen Ungefragt Mein Genital In die Direktnachrichten Drücke Weißt du Verstehst du Was ich Meine Also Für mich Ist es Halt Also Das Man Ich Boah Ich hatte Halt Also Du musst dir Vorstellen Das Ganze Ist passiert Während ich Gestreamt Habe Also Das Muss Wir Saßen Legit In meinem Stream Und What The Fuck Da muss Ich Dazusagen Vor Anderthalb Jahren Wäre es In einem Bann Geendet Also Ja Genau Ich hätte Wahrscheinlich Die Kontrolle verloren Aber Es Es ist Sehr surreal Es ist Eine sehr Surreale Situation Ich muss Aber Auch Dazusagen Und Das Will Ich Nicht Unerwähnt Lassen Bevor Ich Meine Bevor Ich Also Ich habe Das Eine Nacht Gären Lassen Weil Ich Dazu Nicht gesagt Jeder Der Das Liest Weiß So Und So sieht aus Bevor Ich Mein Statement gemacht habe Am Darauffolgenden Tag habe Ich Zwei Morddrohungen bekommen Also Man Wollte mich Erschießen Also An Wand Stellen Und Erschießen Und Jemand Wollte mich Totschlagen Und Ich habe Ein paar Dings Bekommen Von Wegen Ja Hier Guck Mal Du Jetzt Und So So Chemische Sachen Und Ich Dachte Mir Okay Habe Ich Dann Habe Ich Mit Dem Anwalt gesprochen Und Habe Gesagt Okay Wir Haben Jetzt Hier Folgende Situation Der Rechtliche Richtige Schritt Wäre Es Natürlich Absolut Ruhig Zu Sein Nichts Dazu Zu Sagen Und Dem Juristischen Malwerk Das Im Hintergrund Agiert Ihre Zeit Zu Lassen Damit Man Nicht Zu Neuen Kontext Schafft Der Neu Bewertet Anwalt Gesprochen Habe Gesagt Pass Auf Ich Kenne Das Internet Das Internet Ist Brutal Man Sagt Ja Eine Lüge Ist Zweimal Um Die Welt Gelaufen Bevor Die Wahrheit Sich Die Schuhe Zugebunden Hat Und Ich Kann Das So Nicht Es Geht Nicht Ich Kann Das So Nicht Stehen Lassen Denn Wenn Ich Nichts Dazu Sage Dann Verselbstständigt Sich Das Thema Und Die Leute Die Das Internet Cancelt Also Die Es gibt So eine Feministin So eine Streamerin Die So einen Hass Erfüllten Tweet Geschrieben Hat Also Richtig Hass Erfüllt Du kannst Den Hass In Tweet Lesen Und Ich Habe Ehrlich gesagt Keine Ahnung Warum Die Twitch Terms Of Service Da Nicht Harten Riegel Vorschrieben Weil Das Hätte Ich Angemessen Gefunden Ich Will Da Keine Begründung Geben Ich Weiß Ich Habe Es Nur Nicht Verstanden Wieso Da Nicht Eingegriffen Wird Weil Da Massiv Also Das War Fucking Holy Shit Du Hast Den Hass Aus Den Zeilen gelesen Und Keine Namen Nennen Aber Groß Also Kenn ich Nein Klein Und Irrelevant Aber Nichtsdestotrotz Partner Auf Dieser Plattform Okay Okay Und Ich Habe Also Dieses Gespräch Geführt Und Habe gesagt Okay Wir Haben Diese Möglichkeiten Ich Kann Nicht Ruhig Sein Ich Werde Dazu Was Sagen Ich Muss Das Erklären Damit Man Die Perspektive Hat Und Wenn Das Dem Ganzen Irgendwie Schadet Dann Ist Das So Nichtsdestotrotz Ist Das Wichtiger Dass Man Das Dass Man Klar Und Transparent Stellung Bezieht Bevor Sich So Was Verselbstständigt Davon Wurde Mir Das Wurde Dann Erklärt Was Bedeutet Das Und Gerade Gesagt Diese Vorwürfe Mit Den Geschwärzten Screenshots Also es Wurden Im Ursprung Geschwärzte Screenshots Zur Verfügung gestellt Ich Habe Die Komplett Offengelegt Also ich Habe Das Aus meinem Discord Was Dann Vorgeworfen Wurde Komplett Offengelegt Da Konnte Man Jeden Namen Lesen Wer Wie Wo Beteiligt War Ich Hab Jedes Mal Wenn Du Was Schwerzt Ist Blödsinn Was Ist Dahinter Darum Alles Offengelegt Mit Kontext Davor Kontext Danach Wer Ist Dazugekommen Nachrichten Von Moderatoren Und So Weiter Und So Fort Und Man Hat Relativ Schnell Gesehen Dass Das Kompletter Blödsinn Ist Und Ich Muss Dazus Sagen Nachdem Ich Das Getan Habe Nachdem Ich Das Getan Habe Haben Die Markierungen Und Die Sachen Aufgehört Also Das Hat Einfach Aufgehört Weil Die Leute Gesehen Haben Oh Fuck Das Ja Blödsinn Und Da Muss Ich Sagen Das Fand Ich Gut Also Die Ich Habe Auch Meine Partner Und Sponsoren Wurden Logischerweise Angeschrieben Ach Komm Wieder Natürlich Also Hier Geht's Nicht Es Geht Hier Nicht Um Du Wurdest Hier Wurde Jemand Diskriminiert Hier Geht Es Um Den Maximalen Schaden Also Ich Kann Das Nicht Genau Ich Kann Das Nicht Offen Genug Sagen Hier Geht's Nicht Darum Dass Jemand Leid Zugefahren Ist Und Es Soll Gerechtigkeit Gelten Hier Geht Es Darum Jemanden Maximal Und Der Jemand Bin In Diesem Moment Ich Maximal Zu Schaden Alle Partner Wurden Angeschrieben Es Wurden Tweets gemacht Es Wurden E-Mails Verschickt Alles Was Man Sich Vorstellen Kann Um Mir Den Maximalen Schaden Zu Führen Und Manchmal Sage ich Dumme Sachen Das Ist In Ordnung Aber Hier Wird Das Wird Genutzt Und Ich kann Das Exemplarisch An einem Tweet Machen Wo Leute Dann Halt So Was Schreiben Wie Ja Ich fand Stay Schon Immer Unsympathisch Also Glaube Ich Dir Das Ist Der Konsens So Einer Situation Das Hat Nichts Mit Was Ist Tatsächlich Passiert Hier Geht Es Darum Wenn Jemand Auf Antipathie Basis Existiert Und es Gibt Leute Die Können Mich Nicht Leiden Vollkommen In Ordnung Dann Es wird Deutlich Mehr Leute Geben Die 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 Leiden Leiden Können Aber Das Ist Bei jedem Influencer So Das Ist Scheißegal Wo Du Hinguckst Weißt Es Ist Am Ende Dann So gewesen Ich Habe Diese Klare Position gemacht Habe Alles dazu Alles Also Wirklich Alles Dazu Gezeigt Was Man Zeigen Kann Habe Den Leuten Gesagt Wo Sie Das Finden Können Vor allen Dingen Das heißt Sie Können Selbstständig Da Reingucken Da Wird Ja Nichts Angefasst Und Habe Gesagt Jo Ihr Könnt Selber Da Reingehen Könnt Das Durchwurschteln Mir Ist Das Egal Ich Hab Da Nichts Verstecken Und Habe Den Leuten Gezeigt Hier So Und So Sieht Aus Und Seit Also Nachdem Ich Das gemacht Habe Keine Also Keine Nachrichten Mehr Nichts Das Hat Dann Einfach Aufgehört Weil Ich Weil Ich Glaube Dass Das So Eine Daher Gelaufene Also So Eine So Eine Hirnrissige Anschuldigung Ist Dass Man Sich Mal Fragen Muss Ob Jemand Psychisch Im Ganzen Besinn Also Weiß Ich Nicht Ja Also Es Ist Absolut Banane Absolut Ich Kann Mir Sehr Gut Vorstellen Dass Das Für Die Betroffene Person Auch Eine Sehr Emotionale Situation Ist Weil Wenn man Da Versucht Ein Bisschen Empathisch Vorzugehen Dann Merkt Man Okay Dir Ist Scheiße Passiert Und Da Müssen Wir Ja Nicht Drüber Über Die Situation Was Da Passiert Ist Müssen Wir Ja Per Se Gar Nicht Reden Das Ist Das Ist Einvernehmlich Schmutz Was Da Passiert Ist Weißt Das Ist Ich Glaube Da Gibt Es Keinen Menschen Und Auch Keinen Mann Meine Sehr 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 Verehrten Frauen Da Draußen Der Der Sich Denkt Der Sich Denkt Ja Das Aber Das Aber Geil Also Wenn Dir Wenn Dir So Eine kleine Bilder Schickt Dann Dann Erwarte Ich Dass Das Nein Das Ist Unsinn Das Ist Das Ist Eine Ausnutzung Das Ist Die Ausnutzung Einer Sehr Intimen Situation gewesen Jetzt Solche Bilder Überhaupt Zu Machen Hört Man Ja Auch Von Dem Ein Oder Anderen Kameraden Wird Zum Vorwurf Gemacht So Nach Dem Motto Ja Du Musst Dich Nicht Wundern Wenn Du Solche Bilder Machst Dass Die Veröffentlicht Werden Auch Das Halte Ich Für Absoluten Unsinn Weißt Du Keiner Von Uns Ist In der Lage Diese Situation Und Die Entstehung In Irgendeiner Form Zu Bewerten Oder Oder Ihr Das Abzustreiten Die Veröffentlichung Gehört Stehen Okay Das Wird Von Vielen Relativiert Und Egal Wie viel Zuspruch Du Da Bekommst Du Legst Dann Die Gesamtsituation Auf Eine Goldwaage Und Empfindest Alles Als Negativ Was Ansatzweise Negativ Gewertet Werden Könnte Und Dann Hast Du Eine Agenda Und Dann Gehst Du Dagegen Vor Kann Ich Nachvollziehen Aber So Eine Situation Auszunutzen Wirklich Nur Um Jemandem Dann Persönlich Zu Schaden Das Ist Auch Wieder Etwas Wo Ich Sagen Muss Es Gibt Grenzen Und Die Wurden Überschritten Hier Das Gehört Sich Nicht Gerade Wenn Es In Richtung Partner Anschreiben Geht Gerade Wenn Es In Richtung Öffentlich Diffamierung Geht Und 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 So einem Sehr Sensiblen Thema Wie Kinderpornografie Weil Ihr Dürft Ja Nicht Vergessen Wenn Das Ein Zuschauer Von Stay Sieht Dann Denkt Ja What The Fuck Und Ist Gewillt Zu Warten Was Sagt Stay Dann Dazu Weißt Selbst Wenn Er Damals Noch Nichts Davon Mitbekommen Hat Noch Nicht Auf diesem Discord War Und Ein Relativ Neuer Zuschauer Ist Ist Man Als Zuschauer Gewillt Auf Eine Gegendarstellung Zu Kann So Gut sein Wie Sie Möchte Das Kann Alles fucking Relativieren Und Ins rechte Licht Drücken Was Es tut Es Aber Du Stehst Dann In einem Scheiß Licht Da Weil Dieser Initial Post Auch Von sehr Reichweiten Starken Leuten Geteilt worden Ist Ja Also Und Alle Also Hier geht es Nicht Um Standalone Reichweiten Starke Leute Das Sind Alles Leute Die ein Problem Mit mir Haben Alle Also Du kannst Die Liste nehmen Du Kannst Hand of Blood Nehmen Das sind Alle Leute Die Die Wo Du Sagen Würdest Die Ecken mit dem an Wo Jeder Weiß Das ist Nicht Ganz koscher Und Dass Jeder Von diesen Personen Da Ohne drüber Nachzudenken Einen Share Drückt Und Sagt Ja Endlich Jetzt Geht Hier mal Richtig rein So Ist Absolut Absolut Fragwürdig Und Das ist halt so Das ist Das ist halt so Das ist halt dämlich Also das ist Auf Das ist Wenn man Das aus Der Betrachtungsweise Dieser Energie Die da Entsteht Ähm Ähm Sieht Alter Ja Alter Ich find's Sehr Ich find's Sehr Grenzwertig Was da Teilweise Gemacht worden Ist Weil Ja Man kann Sowas Teilen Definitiv Man kann Da Seine Empathie Ausdrücken Das ist Glaub ich Angemessen Ähm Aber Sobald Es Anfängt Das Eigentliche Thema Nur noch Als Schutzhülle Zu Verwenden Um Eine Andere Person Gezielt Anzugreifen Hört Es Für Mich Auf Das Ist Allerspätestens Der Punkt Wo Ich Sagen Würde Alter Da Hört's Auf Das Ist Das Aller Das Ist Das Allerletzte Das sollte man Nicht greifen Völlig Unabhängig Wie wenig Man Eine Person Leiden Kann Weil Unterm Strich Geht Es Da Um Die Existenz Und Das Ist So Wie Bei Allen Rache Aktionen Rache Fühlt 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 Wenn Man Wenn Man Sie Nicht Aus Geübt Hat Oder Nicht 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 Daran Denken Kann Sie Aus Zu Üben Oder Sich Das Nicht Vorstellen Kann Fühlt Das Extrem Schmackhaft An Aber Wenn Es Dann Soweit Ist Fragst Du Und Jetzt Dir Geht Es Danach Nicht Besser Weißt Selbst Wenn Alles Erreicht Worden Wäre Was Sie Damit Hätte Erreichen Wollen Oder Was Die Leute Damit Erreichen Wollten Du Ein Permaband Kriegst Und Verschwindest Davon Wird Euer Leben Nicht Besser Weißt Zumal Ja Also Das Muss man Dazusagen Zumal Diese Sachen Wohl Den Aussagen Entsprechend An Twitch Weitergeleitet Wurden Und Twitch Nichts Getan Hat Also Das Muss Man hin Zusagen Das wurde Es Es Wurde Weitergeleitet Das War Jetzt Nicht So Dass Man Das Nicht Hätte Versucht Schon Man Hat In der Vergangenheit Schon Versucht Das An Punkte Zu Bringen Wo Mir Dann Mehr Oder Weniger Der Galgen Aufgestellt Wird Das Hat Aber Nicht Funktioniert Weil Es Nichts Gibt Wofür Man Den Galgen Aufstellen Kann Das Möchte Ich hinzufügen Also Es Ist Da Wurde Offen Gesagt Jo Wir Haben Das Dem Und Dem Geschickt Twitch Mitarbeiter Übrigens Direkt Verlinkt Das Muss Man sich Mal Vorstellen Es Wurde Einfach Alles Direkt Verlinkt In einem Kontext Der Das sind Übrigens Alle Beteiligten Die Dazu Beigetragen Haben Mich Sexuell Zu Belästigen So Dieser Kontext Wurde Gebaut Und Dann Wurde Einfach Verlinkt Und Ich Holy Fucking Shit Bro Es So Ein Dummes Besprochen Dieses Partner Anschreiben Ich Habe Mich Gestern Das Erste Mal gefragt Ob Ich Mich Durch Sponsoren Erpressbar Mache Weißt Weil Jedes Mal Wenn Irgendwas Ich hab den Tweet Gelesen Hab Nicht Verstanden Um Ehrlich Zu Seien So Nach dem Motto Ja Ich wollte Gerade was Schreiben Aber Dann dachte Ich Ich wollte Gestern ein weiteres Thema Ansprechen Wo Ich dachte Dass Jetzt Einfach Aus dem Kontext Gerissen Wird Um Wieder Mein Ich Erzähl Dir Gleich Was Ich Was Ich Sagen Wollte Und Du Wirst Vielleicht Verstehen Vielleicht Das ist Auch Eine andere Perspektive Das ist Interessant Ich Wollte Schreiben Also Ich Habe Ein Tweet geschrieben dazu Ich habe Das verfasst Das war Das Erste Mal Dass Ich ein Tweet Nicht geschrieben hab Das war Der Inhalt Weil Ich Glaube Dass Aus dem Als Wäre Ich Erpressbar Weißt Du Oder Dass Man Mir Was Anhaben Könnte Und Ich Deswegen Zurückschrecke Vielleicht Ist Aber Auch Nur Eine Entwicklung Und Ich Versuche Einfach Sachen Die Man Missverstehen Kann Von der Plattform Twitter Runter zu Halten Der Inhalt Dieses Tweets Den Ich Ursprünglich gemacht Hätte War Seitdem Männerwelten Im Internet Kursiert Ich Weiß Nicht Du Wirst Es Wahrscheinlich Nicht Persönlich Und Auch Im Internet Selber Mit Dass Es Gang Und Gebewohl Ist Und Okay Keiner Keiner Sagt Anscheinend Was Geben Privatnachrichten Mit Vollen Bezügen Zu den Personen Zu Veröffentlichen Ich Sitze Hier Und Frage Mich Warum Ist Das Auf Einmal Cool Und Es geht Nicht Darum Und Das ist Der Grund Warum Ich Nicht gemacht Habe Wenn Ich Das Getweetet Hätte Hätten Leute Und Dann Wieder Die Sexismus Keule Reingeholt Wird Und Stays Dafür Dass Dickpics Verschickt Werden Ja Ne Bin ich Gar Nicht Ja Es 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 Meines Meiner Wahrnehmung Nach Nur Komisch Dass Solche Dinge Damit Zurecht Also Dass Das Zurechtfertigen Ist Jetzt Mit Jo Der Hat Mir So Was Geschrieben Hier Ist Übrigens Sein Profil Der Ist 14 Jahre Alt Hier Schreibt ihm Doch Ja Ich Also Ich Verstehe Voll Was Du Meinst Ich Finde Es Richtig Dass Du Den Tweet Nicht Rausgelassen Hast Weil Da Gehst Du Also Erstmal Unterstütze Ich Den Inhalt Des Tweets Der Nicht Geschrieben worden Ist Weil Ich Großer Fan Von Karlsruhe Bin Was Ich Damit Meine Ist Das Folgende Meine lieben Mädels Da Draußen Oder Mädels Ist Jetzt wieder Sexistisch Wahrscheinlich Meine Lieben Selbstständigen Unabhängigen Wunderschönen Frauen Da draußen Wenn ihr euch Selber Als wunderschön Bezeichnet Lassen Wollt Wenn Nicht Von Mir Dann Nicht Wunderschön Muss Sehr Vorsichtig Sein Ihr Wisst Wie Es Gemeint Ist Wenn Ihr So Was Zugeschickt Bekommt Einfach Ein Schwanz Bild Out Of Nowhere Dann Bringt Das Zur Anzeige Weil Das Ist Eine sexuelle Belästigung Und Die Ist Das Kann Man Juristisch Greifen Wenn Der Kontext Des Gesprächs Keinen Sexuellen Inhalt Als Basis Hat Dann Ist Ein Ungefragtes Schwanz Bild Sexuelle Belästigung Oder Wie auch Immer Das Juristisch Heißt Da Wird Es Bestimmt Leute Geben Die Mich Dann Verbessern Was Der Straftat Bestand Ist Aber Jedenfalls Kann Man Das Zur Anzeige Bringen Sollte Man Auch Machen Wenn Ihr Euch Auf Das Level Begebt Und Das Selber Veröffentlicht Dann Macht Ihr Euch Angreifbar Weil Soweit Ich Weiß Ist Das Dann Auch Wieder Strafrechtlich Relevant Oder Könnte Strafrechtlich Relevant Sein Und Selbst Wenn Das Nicht Der Fall Ist Begebt Ihr Euch Damit Auf Ein Level Auf Den Das Ihr Nicht Nötig Habt Weißt Das sind Spacken Die Schwanz Verschicken Das Sind Irgendwelche Vollidioten Die Ein Sehr Trauriges Leben Haben Und In Moment Einfach Horny Wie Drei Sind Und Deswegen Der Meinung Sind Dass Ihr Schwanz Schöner Ist Als Der Eiffelturm Und Deswegen Das Ding Versenden Das Ist Schmutz Das Gehört Sich Nicht Aber Das Zu Veröffentlichen Ist Nun Mal Genauso Ekelhaft Weil Damit Drängt Ihr Die Person In Situation Die Auch Nicht Angenehm Ist Ich Sage Nicht Unverdient Oder Verdient Da Bin Ich Nicht Richter Und Da Bin Ich Auch Nicht Henker Das Kann Ich Nicht Bewerten Ich Halt Es Nur Nicht Verangemessen Weißt Das Ist Unangebracht Und Deswegen Habe Ich Diesen Tweet Nicht Gemacht Ja Weil Es Missverstanden Werden Kann Du Sitz Dann Du Sitz Da Und Frag Was Kannst Du Noch Sagen Weil Alles Irgendwie Auf Gold Waage Gelegt Wird Und Dann Wird Dann Wird Dann Wird Da Eine Message Rein Interpretiert Die Überhaupt Gar Nicht Der Falle Ist Weil Solche Nachrichten Oder Solche Vorgehensweisen Zu Unterstützen Das Liegt halt Jedem Hier Fern Alter Aber Trotzdem Macht Es Ich Kann Das Voll Nachvollziehen Mann Und Das Hat Nichts Mit Partnern Zu tun Ich Ich glaube Nicht Dass Man Ein Stück Weit Ist Man Immer Die Prostituierte Von Seinen Partnern Oder Von Nicht Vorhandenen Partnern Weil Du Immer Darauf Achten Muss Was Du Sagst Wie Du Sagst Und Ob Du Brand Safe Bist Das Schwert Der Brand Safe Marke Schwingt Immer Ein Bisschen Über Dir Und Deutlich Näher Als Jedes Damokless Schwert Es Jemals Könnte Weil Du Gewisse Themen Einfach Nicht Angegen Kannst Partner Da Draußen Wollen Eben Nicht Mit Dir Verpartnert Sein Wenn Du Dinge Als Inhalt Hast Die Polarisierend Sind Um es mal Ich glaube Ich glaube Wir sind uns Alle einig Dass Montana Black Zum Beispiel Mit Jeden Mainstream Non-Endemic Partner Haben Könnte Den Er Haben Möchte Wenn Er Inhalte Machen Würde Wie BB's Beauty Palace Weißt Ja True Aber Ist Man Nicht So Und Deswegen Deswegen Hat Gamers Only Weißt Weil Denen Geht es Um Reichweite Und Die Stehen Auf Dieses Authentische Und Dass Er Kein Blatt Vor Mund Nimmt Und Mercedes zum Beispiel Macht Das Wahrscheinlich Nicht Und Das Muss Man Gewichten Vor dieser Entscheidung Steht Man Als Content Creator Jeden Tag Was Sage Ich Und Wie Könnte Es Wirken Du Musst Dir Da Wirklich Gedanken Darüber machen Dumm Eigentlich Aber Ja Das ist Teil Das ist Der Branche Irgendwie So Und Am Ende des Tages Habe ich Also Am Ende des Tages Muss ich Aber Auch So Ganz Klar Sagen Alter Selbst Wenn Selbst Selbst Wenn Also Was Wäre Wenn Und Damit Ist Es Dann Halt Eigentlich Durch Selbst Wenn Alle Mit den Partner Mit denen Ich Schon So Lange Zusammen Arbeite Sagen Würden Jo Jetzt Nicht Mehr Das Geht Nicht Mehr Und So Selbst Dann Wäre Es Würde Ich Mir Kein Zacken Aus der Krone Brechen So Null Und Das Ist Dann Eine Sehr Beruhigende Realität Also Tatsächlich Es Ist Natürlich Aber Ja Die Außergefühl Ich bin halt Kein Euro Der Von Partnern Reinkommt Und Ich kann Das Nachvollziehen Ist es Beruhigend Aber Auf der Anderen Seite Sollte Man Sich Solche Gedanken Gar Nicht Machen Müssen Ich Glaube Solche Gedanken Sollte Man Nicht Machen Müssen Wenn Man Nicht Vor Hat Eine Ernsthafte Thematik Irgendwie Ins Lächerliche Zu Ziehen Oder Sich Darüber Lustig Zu Machen Weil Das Ist Nr. Einfach Nicht der Fall Das sind Dinge Die Angesprochen werden Sollten Und Und Man Kann Es Nicht Machen Weil Man Irgendwie In der Mitte Der gesellschaftlichen Akzeptanz Meinungstechnisch Jonglieren Möchte Ja Es Ist Es Es Wird Auch Immer Schlimmer Habe Ich Das Gefühl Es Man hat Immer Den Eindruck Dass Neue Level Erreicht Werden Von Dem Was Was Man Sagen Kann Ohne In Das Messer Des Canceln Zu Laufen Ja Also Das Das Guck Mal Was Der Geschrieben Hat Und Guck Mal Was Der Vor Zwei Jahren Schon Geschrieben Hat Und Dann Auf Einmal Baut sich So ein Gerüst Auf Was Was Dann Genutzt Wird Um Dir einen Strick zu Drehen Und dann springen Leute Mit Anime Profilen Vor allem Was ich Gelesen Habe Wo ich wirklich Gelacht Habe Und Wenn ich Nicht Gerade Beschäftigt gewesen Wäre Hätte ich Da auch Stunk Machen Wollen Auf Twitter Da hat Jemand Geantwortet Dass Du Den Terminus Social Justice Warrior Negativ Verwendet Hättest Und Rechtspopulistischen Sprech Gebrauchst Und Ich sag dir Ganz ehrlich Ich bin Fucking Experte Was Rechtspopulismus Angeht Ich kenn die Alle Ich kenn den Sprech Ich kenn die Alle Ich kenn die Wirklich Alle Ich bin Da Wirklich Im Thema Und Wenn Ich Etwas Lese Und Keine Rechtspopulistische Nachricht Entdecke Dann ist Da Keine Ich sag Es Wie es Ist Alter Seid ihr Wirklich So Dumm Oder Seid ihr Wirklich So Ängstlich In eurem Kleinen Kämmerchen Dass Ihr Jeden Tweet Inhaltlich Wort Für Wort Auf eine Waage Legen Müsst Und Gucken Müsst Ob Ob Das Klar Geht Wo Leben Wir Ich Habe Wo Wir Gerade Bei dem Thema Sind Ich Hatte Jetzt Eine Sehr Lange Wartezeit Über Einen Potenziellen Neuen Partner Von Mir Und Die Die Schreib mir mal im Discord. Ah ja, alles klar. Und? Ja, die waren dann, der CEO oder so hat dann wohl gesagt, ja, es ist ihm weitgehend scheißegal, also es ist ihm weitgehend scheißegal, wenn ich kein Nazi bin, weißt du? Und dann hatte ich quasi eine Nazi-Prüfung. Da waren dann Leute da und haben sich das dann, sollte ich dann irgendwelche inhaltlichen, politischen, inhaltlichen Themen von mir mit Timestamp zusammensuchen oder abschicken. Und dann wurde geprüft, ob ich eine rechtspopulistische Nachricht verbreite. Und ja, also das ist halt an einem, weißt du, ich bin erwachsen, Mann. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, Politik ist halt ein edgy Thema, weißt du? Gerade wenn es so um Aufklärung oder gesellschaftlich relevante Themen geht, das will man nicht haben als Marke. Ich kann das voll nachvollziehen, dass du dir, dass du halt da Friede, Freude, Eierkuchen haben möchtest. Du möchtest halt so deine Wohlfühlwelt haben, in deiner kleinen Wohlfühl-Bubble und möchtest da deine Marke präsentieren. Aber ich denke mir halt, wenn das verlangt wird, um Partnerschaften abschließen zu können, dann möchte ich gar keine Partnerschaften, weißt du? Wenn ich nicht mehr über das reden kann, was in meinem Leben eine Rolle spielt, dann verliere ich den Inhalt. Weißt du, dann kann ich mir den ganzen Tag irgendwelche Meme-Videos angucken und drüber lachen und dann hoffen, dass da am Ende was bei rumkommt und dann fröhlich irgendwelche Marken in die Kamera halten. Aber das ist einfach, da wäre ich nicht mit zufrieden, weißt du? Och krass, also das ähm ähm ich das ist natürlich Blödsinn, ja. oh crazy, dass du dann so eine Rechtfertigung also da hätte ich ja schon überhaupt keinen Bock drauf. Ja, es war jetzt nicht vorwurfsvoll, ne. Also um es mal klarzustellen, es war jetzt nicht so nach dem Motto so, ja, du machst Politik, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Aber es war eben, wir haben wahrgenommen, dass da inhaltlich schon ganz gerne mal Politik behandelt wird und das würden wir ganz gerne prüfen, ob das mit unserer Agenda übereinstimmt. Was ja so per se, glaube ich, gar nicht verkehrt ist. Aber warum musst du es präsentieren? Warum sind die nicht in der Lage, es selbstständig zu realisieren? Wieso musst du denn dann dahin, das ist das Problem, was ich habe. Warum musst du dahin gehen und denen das nochmal aufzeigen? Die sollen sich einfach ein Video angucken und dann, und was willst du denn, was soll das? Wo, 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 von, hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Wenn jemand, wenn jemand meine, oder sagen wir mal im besten Fall, so wie der Zuschauer das da draußen auch sehen sollte und so wie es sein sollte, der Partner eines Kanals ist derjenige, der nicht nur hinter dem Partner und dem Content des Kanals steht und auch weiß, was der Content und der Partner, was der macht, sondern der das halt auch selber irgendwie checken muss. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Aber das ist, glaube ich, ein Traumszenario. Ich glaube, das ist so eine utopische Vorstellung, die wir beide noch haben. Das ist so eine, so eine fast schon naive Vorstellung davon, dass man sich als Partner mit dem auseinandersetzt, was man da, oder dass man sich mit dem, mit der Person und dem Kanal und den Inhalten, bevor man überhaupt ein Angebot verschickt, auseinandersetzt und dann schon weiß, ob man sich mit der Person repräsentieren möchte oder nicht. Das ist einfach ein Traumdenken. Mann, es geht, es geht unterm Strich um Zahlen und Reichweite und das war's. Also das ist ja, ich habe mit Personen aus dem Fernsehen gesprochen, letzte Woche und die haben, die sind seit 30 Jahren sind die dabei im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, richtig große Namen. Und die haben gesagt, dass die dieses Twitch und Internetgeschichte, dass die das monetär nicht verstehen könnten, weil komplett anders abgerechnet wird im Fernsehen. Du gehst da nach Produktionsdarsteller, und dann hast du teilweise pro 15 Sekunden fünfstellige Beträge mit einer ähnlichen Reichweite, die du im Internet erzielen kannst. Und da sind die Preise einfach so viel geringer. Seid einfach fucking Dumping, rechts und links Dumping. Und die Firmen erwarten so unglaublich viel. Die erwarten Sales bis zum Umfallen und sehen das einfach nur als Gelddruckmaschine. Du bist eine Gelddruckmaschine für die. Ja, das ist, also um nochmal auf dieses, um dieses Ding einzugehen, so, ähm, auch wenn das vielleicht eine illusionäre Vorstellung ist, was, ähm, wie Partnerschaften ablaufen, ähm, du hast es ja gerade gesagt, das ist so eine Wunschvorstellung. Ich, ähm, ich will sagen, dass jeder Partner, mit dem ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe und mit dem ich jetzt zusammenarbeite, dieser Wunschvorstellung entspricht. Also die, ähm, ich habe nie irgendwo irgendjemandem was erklärt, was ich mache. Äh, ich erwarte, dass wenn man auf mich zukommt oder wenn ich auf jemanden zukomme und der sagt, ich habe Interesse daran, dass ich, dass ich, dass der weiß, was ich mache und ich habe das noch nie, ich habe das noch nie erklärt. Also noch nie. Noch holy shit, noch nie gemacht. Das ist, darum klingt diese, diese Erklärung für mich so. What the fuck? Muss es jedes Mal machen. Also bislang hatte ich jedes, jedes Gespräch, das ich mit irgendeinem potenziellen Partner geführt habe, geht in erster Instanz erst mal, was, was ich überhaupt mache. So nach dem Motto, stell dich doch mal kurz vor. Das war bislang Standard. Ja, der stell dich mal kurz vor, ist aber nicht das, was nicht, nicht das. Es geht um den Schritt, wo jemand sagt, denn du hast deine Vorstellung gemacht, du hast gesagt, jo, hier, so und so, das bin ich. Und dann sagt jemand, ähm, okay, äh, dann gib uns mal bitte dazu, das und das und die und die Auszüge. Das ist noch nie passiert bei mir. Okay, okay. Dass ich mich vorstellen muss, klar, das, es gibt immer Leute, die sich mal einen Eindruck machen wollen und frei, also, es ist wie ein Bewerbungsgespräch, ganz ehrlich. Und da gibt es auch eine Menge Leute, die dann schon wissen, was und so und wie was ist, ähm, dass man sich vorstellen muss, dass es was ganz Normales ist. Aber das ist dann, wenn du in der Tiefe bist und beide Parteien Interesse gezeigt haben, dass du dann nochmal so ein, so ein CEO, äh, Bewertungsgespräch, ob du nicht ein Rechter bist, Alter, are you fucking kidding me, Bro? Das ist ja ganz schön hart, Alter. Ja, ja, gut, das, gut, das, das, das fühle ich schon eher, das war bei mir auch das erste Mal, dass das, dass das so wirklich, okay, so ins Detail ging. Das, das muss ich auch sagen. Normalerweise, die wissen halt, okay, ich mache, ich mache halt so, ich stream halt auf Twitch, das reicht den meisten schon, äh, Initial, ne? Hm, hm, ja. Aber, ist super crazy, hast du die, hast du die Mois-Geschichte mitgekriegt? Oh Gott, ja. Oh Gott. Ich habe halt keine Zeit gehabt, ich, ich habe gesehen, ich sage Mois 48 und ich mir so, oh Gott, ich würde das wirklich gerne sehen, weil es da wohl auch um Beef mit Bushido geht, ähm, aber ich hatte nicht die, ich hatte noch nicht die Zeit. Es wird ehrenhaft nach Ramadan gefickt, das möchte ich erst mal sagen, ja, ähm, es wird ehrenhaft nach Ramadan gefickt. Ja. Äh, es gibt da wohl, also soll ich dich ins Bild setzen oder was? Ja, nur ganz kurz, ich habe, ich habe, ich habe die ersten 20 Minuten, habe ich jetzt letztens abends mal gesehen, bin aber dabei eingeschlafen, muss ich sagen, ich war halt sehr, sehr müde und, nicht wegen dem Inhalt oder so, sondern ich war einfach nur super müde und da war so ein paar Aussagen dabei, die ich auch echt gefühlt habe, wie zum Beispiel, ähm, ja, diese ganzen Kooperationen, die können sich ja alle ficken gehen, ähm, das ist, das ist, so hat er, so hat er das gesagt, ähm, ich kann mit Gott und der Welt ein Video machen, das heißt aber nicht, dass ich mit denen cool bin, dass, äh, die ganze Industrie ist eine Prostituierte und deswegen fick ich die. Ja man, das ist, ich fühle das. Ja, ähm, dazu kann ich sagen, ähm, ich, also es gibt Beef da, Bushido, bla bla bla, Monte hat übrigens schon, ich, mal gucken, wie die nächsten Wochen werden, Monte hat übrigens schon das, das Klärungsgespräch angeboten bei ihm im Stream und Richter Stay und Richter Monte mit Mois und Bushido. Ach, du verarschst mich. Doch, es ist kein Joke, gibt es schon, gibt es schon, es werden schon Gespräche geführt anscheinend. Ich schwöre dir bei Gott, wenn, wenn, wenn du und Monte zwischen Bushido und Mois versuchst zu vermitteln, dann, dann, dann studiere ich Jura oder Psychologie oder sowas, dann fange ich, dann hänge ich nochmal ein Studium hinten dran. Was ist das denn, Alter? Es gibt ja diesen Clip. Was passiert denn als nächstes? Arafat, Abou-Chaka und Bushido nochmal direkt hinten dran oder was? Es ist, es ist ein, ein, ich, ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist, ich meine, ich beschwere mich nicht, nicht nur, nicht nur, wegen der Reichweite, sondern auch, weil, ähm, das halt super interessant ist, mega krank, stell mal vor, stell mal vor, du redest, was, was für eine absurde Situation? Naja. Stell dir mal vor, du redest mit Bushido, richtig? Ja, Bushido redest mit, ja, richtig. The fucking hell, Alter. Ja, 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 das, das fühle ich. Ja, what the fuck, Alter. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn ich, ich habe mir aber folgende Frage gestellt, will ich das wirklich? Weil dann könnte ich nicht mehr mit Flair reden. Ne? Das geht nicht. Da ist mir kurz einer hochgekommen, weil ich denke mir, so Neudeutsche Welle, 2005 ist schon, ist schon ein Killertrack, ne? Die Neudeutsche Welle, Deutsche Welle ist die Neudeutsche Welle. Wobei, wobei, stimmt doch gar nicht, wenn das gut läuft, ne? Und du da versuchst, einen neutralen Boden zu behalten in dem Gespräch, dann kannst du ja Bushido und Flair direkt danach in den Stream ziehen. Ja! Oh mein, oh Gott, oh Montana Black and Stay im Klärungsgespräch mit Flair und Bushido. Carlo Cooks Noten 4 ist angesagt. Richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt lachen wir noch, jetzt lachen wir noch, aber in zwei Jahren ist das alles passiert. Ja, ich habe auch gelacht, als ich gehört habe, dass man ein Klärungsgespräch zwischen Abdel-Ungo und Tanzverbot live übertragen könnte, habe ich auch noch gelacht. Und dann, und dann wache ich den nächsten Tag auf und denke mir, ach, das ist passiert. Ah, okay, sehr gut. Tatsächlich, tatsächlich. Crazy, solltest du mitnehmen, ist also, wenn das hier niemand, also natürlich, natürlich bleibe ich da so objektiv, wie man nur sagt, solltest du mitnehmen. Das ist, das ist so, das ist so der Ficken im Mainstream, da kannst du, da kannst du halt richtig, wenn du mit Bushido, fucking Bushido, sprechen wir über Bushido, weißt du? Egal, was man von dem hält oder nicht, aber Bushido ist halt eine richtig riesige, Nummer. Und da werden Viewer-Rekorde gebrochen, wenn das bei Monta auf dem Kanal passieren würde. Aber diese anderen Viewer-Rekorde. Ja, also so 200.000 wären sicher easy dabei. Weiß ich nicht, 200.000 ist schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall sechsstellig, also so auf jeden Fall sechsstellig. Also auf jeden Fall, diese Moissache ist dann noch ein bisschen eskaliert, da geht es ein bisschen um Streit und das Business, dann wurde ein nicer Scheiß eingestellt, jetzt gibt es was Neues und um Musik und den ganzen Kram und ich habe mir das reingezogen und ich will gar nicht so viel über das Ding reden, aber wie siehst du Moiss? Also ich für meinen Teil habe ein sehr unterschiedliches Bild von Moiss selber. Also auf der einen Seite finde ich den mega witzig manchmal und sehr, auch sehr Moiss-weise, also der ist halt schon, der hat halt was im Kopf, aber auf der anderen Seite trifft er halt manchmal Aussagen, wo ich mir denke, what? What? Was? Moiss, Moiss spielt eine Rolle und zwar besser als es Tanzverbot jemals könnte. Moiss schafft es, real zu wirken, ohne dabei auch nur Ansätze seiner wirklichen Personality zu zeigen. Warum ich das denke, hat folgenden Hintergrund. und bevor Moiss so riesengroß war, das ist jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre oder so her, habe ich regelmäßig Moiss geguckt und zwar nicht auf dem Moiss-Kanal, sondern auf einem Zweit- oder Drittkanal von ihm, wo er philosophische Themen behandelt hat und zwar über Stunden. Da sind so stundenlange Videos, wo er in so einem Sessel saß und einfach nur vor sich hin philosophiert hat und das war ultra interessant für mich, dazu zu hören, weil es mir in vielen Bereichen eine Perspektive gegeben hat, die sinnvoll war. Und eine sehr, sehr, sehr intelligente Person, meiner Ansicht nach. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt ein Entertainer. Also er macht halt Content für die breite Masse, die nicht meiner Altersklasse entspricht. Also oftmals lässt er Dinge von sich, die ich lustig finde, wenn ich mal was mitbekomme, aber ich verfolge ihn jetzt auf seinem Hauptkanal nicht aktiv, weil ich glaube, es ist einfach nicht, ich bin einfach nicht die Zielgruppe, die er ansprechen möchte. Ich glaube, das ist eine faire Aussage. Ja. Ich denke, ja, so was ich davon denke, ist es halt ähnlich. Also manchmal sind es witzig, manchmal so komisch, aber irgendwie ist schon interessant. Ich glaube, der hat eine sehr, der hat viel zu erzählen. Weißt du? Ja, der hat auch, glaube ich, ich glaube, das, was der so, ich glaube, so wie er ist, in diesen, diese ersten 20 Minuten, die ich gesehen habe, beruht auch viel auf den Erfahrungen, die er hat machen müssen. Ist auch sehr emotional aufgeladen mit fucking, ähm, mit hier, äh, sehr emotional aufgeladen mit, was er erlebt hat und so, Familie in der Vergangenheit und, uff. Ja, absolut, absolut. Ich weiß ja nicht, ob das, also ich glaube, ich hab's, ich bin da nicht hundertprozentig im Bilde, deswegen verzeiht mir da, wenn ich, wenn ich mit, mit Halbwissen um mich werfe, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat er ja auch extrem Hassel mit seiner, mit seiner Aufenthaltsgenehmigung, der hat extrem Hassel gehabt mit, überhaupt der, nach Flucht, also ich glaube, nach Flucht, nach Deutschland, äh, und er hat familiär Dinge erleben müssen, die, von denen wir in unserem behüteten Leben noch nicht mal gewusst haben, dass sowas existiert, weißt du, so mit Todesangst zu Bett gehen und so, weil du halt in einem scheiß Kriegsgebiet bist. Hm, ja, so was verändert, Leute. Das, was er macht, glaube ich, macht er gut, ähm, mit so ein paar Aussagen und Verhaltensweisen bin ich wahrscheinlich nicht d'accord, weil ich da nicht der Typ für bin, weißt du, also alleine so diese ganze Underground-Rap-Geschichte mit, äh, ja, was ich, was ich real sage, das backe ich, das, was ich im Internet sage, backe ich real ab und wenn, wenn ich dir halt auf die Schnauze hauen will, hau ich dir auf die Schnauze oder so, das ist halt, nicht so mein Stil, das ist so, das ist so eine Welt, mit der ich, glaube ich, kein, da habe ich keinen richtigen Bezug zu, auch mit diesem ganzen, äh, ich bin halt Rap-Fan, aber, ich glaube, was da, was da hinter den Kulissen passiert, wäre einfach nicht meine Welt. Bin ich viel zu behütet, bin ich viel zu eine riesige Pussy, ohne das jetzt sexistisch auf Frauen, ähm, äh, zu übertragen wollen, aber da bin ich halt ein Weichei, also das kann, also das ist halt nicht meine Welt, aber, äh, und auch mit seinem, mit dem Verhalten gegenüber dem Nachbar und so, da musste ich das ein oder andere mal schlucken, weil ich mir halt als Allmann denke, ja, muss das denn sein? Kann man ja nicht einfach das Nummernschild aufschreiben und bei der Polizei anrufen, er macht das halt anders. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber so, so unterm Strich macht er halt Entertainment, weißt du? Ich weiß da nicht, was hinter den Kulissen passiert. Ich fände das jedenfalls sehr, sehr interessant. Ich weiß auch nicht, wie es da zu Beef, äh, hat kommen können, zwischen Bushido und Mois. Die haben sich, naja, er hat, ähm, Mois hat einen neuen Song rausgebracht und der war halt voll mit Autotune und dann hat Bushido so ein gemacht, äh, so ein, so ein Sorry gemacht, so von wegen, ja, Katzenjammer und so und dann hat Mois ihm geschrieben, ich ficke dich ehrenhaft nach Ramadan und dann sagt Bushido, ja, dann ficken wir uns ehrenhaft nach Ramadan und ich dachte so, okay, ist das nur die. Was, was meinen die denn mit Ficken? Meinen die einen Diss-Track oder wollen die sich vor die Fresse hauen? Ja. Bei Mois ist gut trainiert. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie die, ich weiß, ich weiß nicht, wie, 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 also ich, Mois meinte, sein 17-jähriger Bruder fickt Bushido jetzt. Es ist ganz, ist ganz komisch, wer da fickt und wer nicht. Ich weiß noch nicht, warum die so viel von Ficken reden. Das ist immer, ich weiß, für mich ist Ficken ja Geschlechtsverkehr, von daher weiß ich halt nicht, weiß ich halt nicht, was die, was die damit meinen. Ohne mich da jetzt, ich möchte mich nicht über diesen Konflikt lustig machen, das solltest du auch nicht machen, weil gerade wenn du, wenn du da als Vermittler noch agieren möchtest, dann, dann ist das halt mal eine interessante Frage. Ich weiß, ich weiß, also in diesem Rap-Business, was Musik angeht, habe ich eine ähnliche Einstellung wie Rezo, weißt du, ich glaube, Mois macht aus ähnlichen Gründen Musik, wie du Musik machst. Wenn da halt irgendwas auf der Seele liegt, was verarbeitet werden muss, dann ist Musik da ein super geiles Ventil und Medium. Der macht das nicht, um damit reich zu werden. Der ist auf die Gelder nicht angewiesen, die er potenziell mit Musik machen könnte, sondern ihm geht es da um die Auslebung seiner Kunst und die Verarbeitung von Gefühlen und ich denke, das kann man gut oder schlecht finden, aber man kann ihm keine Daseinsberechtigung absprechen, weil Musik nun mal keine Daseinsberechtigung benötigt. Kunst ist etwas, das jeder Mensch machen kann, wenn er es denn machen möchte. Und dann finde ich es nicht angebracht, ihm zu sagen, ja, du bist ein Autotune-Wichser und lass mal Musik sein oder so. Weißt du, wenn du es nicht magst, dann hör es halt nicht. Das ist halt dieses dümmste Argument, was du liefern kannst, aber so fahre ich ganz gut, weißt du. Ich denke, also, ich finde auch, Frau Taylor, wie heißt die nochmal? Wie heißt die nochmal, die Taylor? Wen Taylor? Ja, diese Country-Sängerin Taylor. Taylor Swift? Taylor Swift, richtig. Ich finde auch Taylor Swift-Musik nicht geil, weißt du, aber die verarbeitet damit halt scheiße und macht Millionen damit, also spreche ich hier noch niemals eine Daseinsberechtigung ab. Und auch diese ganze Differenzierung zwischen YouTube-Rapper und Underground-Rapper oder so, mein Gott, da gibt es halt keine Differenzierung, weißt du, das sind halt beides Musiker und entweder man mag halt die Musik oder man mag sie nicht. Wenn man sie nicht mag, dann mag man sie nicht und wenn man sie mag, dann mag man sie. Ganz einfach, so einfach ist das für mich, weißt du. Ich spreche ihm da keine Daseinsberechtigung ab. Ich habe den Song, ich habe da reingehört, ist nicht meine Art, ist vom Inhalt her wahrscheinlich sehr, sehr hochwertig, müssen wir nicht drüber reden, aber von der Art und Weise ist das auch nichts, was ich mir anhören würde, so im privaten Rahmen. Aber das heißt ja lange nicht, dass es gut oder schlecht ist. Gibt es nicht. Es gibt nur, ich mag es oder ich mag es nicht. Da habe ich eine ähnliche Einstellung wie Rezo. Weil er einfach Recht damit hat, nur ich weiß ja nicht, wie sowas zu so einem riesigen Konflikt führen kann. Also warum bieft man sich, warum wollen die sich nach Ramadan ficken? Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Es ist einfach weird. Also diese, das ist einfach weird. Wir werden mal sehen, wohin das noch endet und in welchem Dialog und wer da beteiligt ist, Kappa. Nee, also jetzt, es gibt ja super viele, die darüber mimen, die so sagen so, ja, aber warum, ey, Bruder, was, 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 wo ist denn, wo, warum will Monte sich da einmischen? Aber ich glaube, ich glaube, dass Monte, dass, wenn ihr nichts machen könnt, so Diplom-Psychologie-Studium würde ich jetzt keinem attestieren, aber was, was der eigentliche Grund ist, warum sowas sinnvoll und auch zweckgemäß sein kann, ist, weil da zwei erwachsene Personen sind, die eine Perspektive bieten können und ein Gespräch leiten können, ohne dass man da eine eigene Agenda verfolgt, abseits von der Reichweitengenerierung. Man, man schafft halt Inhalt, aber das mal außen vorgelassen, schafft man ein relativ neutrales Umfeld, um eine Perspektive zu bieten, die solchen, solchen Streitgeiern oftmals fehlt, weil die sich dann nicht auf die, auf die Basics konzentrieren, weißt du? Die, da ist dann irgendwas, was hochgekocht ist und deswegen will man sich nach Ramadan ficken, was auch immer das heißt und da mal eine Perspektive zu bekommen, nach dem Motto, ja, aber what the fuck ist da jetzt eigentlich so schlimm dran, ist wahrscheinlich ganz angemessen, ne? Mal sehen. Mal sehen. Ich will, hast du noch ein Thema? Ich bin halt null vorbereitet, wie immer. Sehr gut, dann kann ich nämlich jetzt abschließen. Und zwar, und zwar will ich mit dem Abschluss dieses, dem Abschluss dieses Podcasts, unsere, unsere Leute, die wir hier haben, wahrscheinlich wissen es schon viele, aber einige vielleicht noch nicht, auf eine Alternativlösung hinweisen, nämlich, habe ich endlich die Entscheidung getroffen, die Talks, die ich in meinem Stream mache, hier auf ein Wort, was wir auch haben, da kommt übrigens auch nochmal auf ein Wort von uns, auf drei Stück insgesamt, ne? Oder so. Ich glaube, es sind einige, es sind einige, das waren die Sachen, die wir gemacht haben, bevor wir diesen Podcast hatten. Das heißt, die Talks, die ich im Stream gemacht habe, mit unterschiedlichen Leuten, mit dir, mit Micky, mit Simon, also Now Simon, mit Schlorox, mit Monte, mit Sayuri, all diese... Alexi Beksi übrigens, einer meiner Favoriten. Alexi Beksi, Lara Loft, all diese Talks, werden gerade, jetzt über mehrere, also es dauert jetzt ein bisschen, wird über mehrere Wochen sein, werden in Wellen auf einem neuen, in einem neuen Podcast-Format, hochgeladen und das nennt sich auf ein Wort. Das könnt ihr auf Spotify finden, wenn ihr jetzt beispielsweise euch beschwert, dass zu wenig Alman-Aramica da ist und dass es euch stört, dann könnt ihr gerne die insgesamt neun Stunden oder zehn Stunden Content, die da schon drauf sind, schon durchhören. Viele ältere Talks, auch von 2019, aber sehr, sehr interessante Sachen. Das heißt, auf Spotify auf ein Wort und ich arbeite daran, dass es auch noch auf, dass es auch noch auf iTunes kommt, da muss ich aber, ach, da muss ich so ein komisches Profil mit hochladen, das ist irgendwie nervig. Also Spotify ist es definitiv, wenn ihr es hören wollt, auf ein Wort, da sind Sachen von Karl, die kommen wahrscheinlich nächste Woche irgendwie und alle möglichen anderen Sachen, dann seid ihr hier zumindest bedient. Ja, also wenn ihr was, wenn ihr was zum, für die Autofahrten benötigt. Was Langes auch. Was Langes. Das sind drei, vier Stunden Talks. Also das ist schon ein Zeit. Uneingeschränkte Empfehlung. Wie gesagt, der mit Alexi Beksi ist sensationell gut. Ich fand den ersten mit Schlo über Koffeinpulver, auch wenn die Thematik jetzt vielleicht nicht mehr, nicht mehr so ganz im Kurs ist, aber es sind trotzdem, es sind geile Sachen, die man sich so einfach nebenbei reinziehen kann, wo man sich mit, mit bescheilen lassen kann. Erzieht euch das rein auf ein Wort, einfach hier bei Spotify in der Suche, einfach bei Spotify eingeben, dann ist das Ding im Sack. Super, dann kommen die mit Monta auch? Die mit Monta kommen auch, ja. Ja gut, dann habt ihr, also dann müsst ihr euch über Inhalt keine Gedanken machen, weil da kommen alleine mit Monta glaube ich so ungefähr 500. 500 Stunden. So round about 500. So, ja und ich, das war es dann für heute. Wieder sehr interessanter, sehr interessanter Podcast und ich danke dir für deine Zeit Karl und lass den Hund, streichel den Hund von mir. Das werde ich, das werde ich auf jeden Fall tun und ich werde jetzt nochmal versuchen eine Stunde zu schlafen vielleicht. Okay. Man weiß es nicht. Aber, erst klar, dass du es wissen, hau ich einen raus, die britische Königin, die muss auf ihre Briefe keine Briefmarke kleben. Das hat sie auch verdient. Das denke ich auch. Tschüss. Tschüss.